Freunde und Familie erweisen Emiliano Salah, 28, die letzte Ehre. Der Fußballer kam am 21. Januar bei einem tragischen Flugzeugabsturz ums Leben. Erst Wochen später fand man das Wrack und die sterblichen Überreste des Sportlers. Am vergangenen Freitag wurde sein Sarg nach Buenos Aires überführt, damit am heutigen Samstag eine Totenwache für den Profikicker in seiner Heimat abgehalten werden kann. Danach soll Emiliano eingeäschert werden. Wie Bild berichtet, wurde der Sarg des Verstorbenen in der Sporthalle des argentinischen Vereins San Martín de Pragresol, bei dem Emiliano seine Karriere als Jugendlicher begonnen hatte, aufgebahrt. Die rund 3.000 Einwohner des Ortes Pragresol können so Abschied vom 28-Jährigen nehmen. Das ist ein trauriger Tag für Pragresol. Wir hätten uns das nie vorstellen können, wir stehen noch alle unter Schock, erklärte Daniel Reberöle, der Präsident des Vereins. Für das Team sei Emiliano ein Star, er war der einzige Spieler, der es zum Profi schaffte. Neben den Anwohnern reiste auch Sälers ehemaliger Teamkollege Nicolas Palluris vom FC Nankt, dem Verein, für den er in den vergangenen Jahren gespielt hatte, für die Traufeier an. Neil Warnlock, der Trainer von Cardiff City, dem Klub, zu dem Salar nun wechseln sollte, war ebenfalls vor Ort. Am späten Nachmittag, Ortszeit, soll dann die Beerdigung im argentinischen Santa Fe stattfinden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.